viele patienten fragen mich wie lange kann eine icl linse im auge drinnen bleiben die icl bleibt so lange drinnen solange die natürliche linse klar ist die linse muss man nicht pflegen man muss auch keine mittel verwenden sie ist einfach drinnen im auge vor der natürlichen linse und hinter der regenbogenhaut im verlauf der zeit wird die natürliche linse im alter eintrüben und bei diesem fall wird man die natürliche linse entfernen die icl linse wird man auch herausnehmen und man implantiert da eine sammellinse welche den gesamten sehfehler korrigiert es gibt ein paar fälle wo wir die icl linsen explantiert haben nach 25 jahren und auch die firma hat auch diese linsen genauestens untersucht und es hat sich herausgestellt dass diese linsen keine eintrübungen aufgewiesen haben und dass die qualität der linse genauso war wie bei der ersten implantation